Direkt vor dem Beginn der Gala-Veranstaltung zu dem Boutiquen-Award 2024 ist bei mir René Assion von BN & Partners. Schönen guten Tag Herr Assion. Hallo Herr Hoppenhoff, vielen Dank für die Einladung. Ja prima, dass Sie wieder dabei sind und auch das Event so unterstützen. Das freut uns natürlich sehr. Wir wollen ja immer ein bisschen aus dem Markt hören von Ihnen. Wie sehen Sie aktuell die Lage? Was gibt es bei Fonds-Neuauflagen an Trends? Wir hatten lange Zeit Multi-Asset-Fonds, das ist wahrscheinlich etwas ruhiger. Wo spielt da aktuell die Musik? Das stimmt. Multi-Asset-Fonds sind in der Tat ein bisschen auf dem Rückzug. Wir haben eher die spezialisierten Fondsauflagen, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass man sich einfach wirklich in der heutigen Phase deutlich abgrenzen muss von dem, was es aktuell schon gibt. Wir haben über 10.000 in Deutschland zugelassene Fonds, da braucht es vielleicht nicht den zusätzlichen Mischfonds. Wir haben, kurz überlegen, jetzt einige Spezialitäten gehabt. Wir haben einen Private Equity Fonds aufgelegt, wir haben auch was im Infrastrukturbereich gemacht. In der Tat auch zwei Anleihefonds im ersten Halbjahr aufgelegt. Also man sieht schon ganz klar, ein Kryptofonds kommt hoffentlich noch in diesem Jahr. Es geht deutlich mehr hin Richtung andere Investmentkonzepte. Spezialitäten und wo sehen Sie die besonderen Stärken eigentlich der Boutiquenfonds, die Sie jetzt auch in diesem Marktumfeld ausspielen können? Ich glaube in der Tat, daran hat sich wenig geändert. Die Boutiquen sind flexibler, sie können schneller agieren, haben in der Regel ein bisschen weniger Volumen, sind auch für die Investoren deutlich greifbarer als die großen Flaggschiff-Fonds. Wenn man mal eine Meinung hören will oder auch irgendwas zum Monatskommentar, dann hat man den direkten Draht zum Management. Ich glaube, das wissen auch in der heutigen Zeit immer mehr der Anleger zu schätzen. Und natürlich diese nischigen Strategien, die man, sei es jetzt volumensbedingt, vielleicht Small-Cap-Strategien oder ähnliches, die man in einem großen Fonds natürlich deutlich schwieriger abbilden kann. Wir haben jetzt relativ lange eigentlich gesehen, dass reine Asset-Manager, die sich neu gründen, zum Großteil darauf verzichten, eine eigene Lizenz zu bekommen, also zu beantragen bei der BaFin. Davon profitieren Sie natürlich. Sehen Sie, dass das so weitergeht oder ist das eher nur eine Geschichte gewesen, dass Kleine an den Markt kommen und gesagt haben, sie wollen erst mal unter den Haftungsdach gehen und später dann eine eigene Lizenz bekommen? Das hört man ja immer häufiger oder man denkt, das sei die Intention, erst mal über den Haftungsdach zu gehen. Aber in der Praxis stellt sich in der Tat eigentlich heraus, wenn jemand erst mal bei uns ist, dann bleibt er in der Regel sehr lange. Es ist eigentlich wie in einer guten Ehe. Und vor allem sind es dann auch mittlerweile echt große Adressen, die kommen, die sagen, uns ist die Regulatorik definitiv zu viel. Das ist unser Fokus, unsere DNA. Wir haben sechs Volljuristen, die eigentlich nur Regulatorik machen. Ich glaube, da können wir natürlich erhebliche Arbeit abnehmen und helfen, dass die Manager sich auf das fokussieren können, was sie im besten Fall auch am besten können, nämlich das Management des Portfolios und die Pflege der Kundenbeziehungen. Also auch bei Ihnen das Ziel langjährige Kundenbeziehung. Gibt es einige Dienstleistungen, die die Kunden besonders schätzen bei Ihnen? Ich würde mal sagen, auch unser offener und transparenter Umgang schon in der initialen Phase. Wir schauen uns die Konzepte sehr detailliert an. Wir versuchen zu coachen, ein bisschen auch eher in die Richtung Consulting zu gehen, auch mal ein Projekt abzusagen, wenn wir denken, das hat keinen nachhaltigen Vertriebserfolg. Ansonsten versuchen wir natürlich, die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden. Nicht nur die Fondauflage, die tägliche Administration, die Regulatorik, sondern eben auch Vertriebsunterstützungsmaßnahmen hinten raus, um zu schauen, dass das Assetvolumen wächst und wir natürlich mit dem Partner in einem Boot sitzen und davon profitieren können. Prima. Haben Sie vielen Dank, Herr Asion. Gerne. Mich hat gefreut.